So, Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars. Diesmal müssen wir die Brücke einnehmen. Ja, ich musste tatsächlich nochmal wieder von vorne anfangen, weil ich vergesse habe zu schreiten. Hier, da. Sprenglepfe Platz 438. Hau ab da. Achtung, Granat. Ich liebe dieses Gans. Eine Fehlzündung? Wo kommt diese Sprengladung her? Sie müssen die Brücke auf anderem Weg zerstören. Haben Sie noch anderen Sprengstoff? Nichts, was stark genug wäre. Tut mir leid, Boss. Vergessen Sie es. Unter der Brücke verläuft eine Treibstoffleitung. Eine gut gezielte Rakete müsste reichen. Ein Moment, ich ermittle die beste Abschussposition. Ja, da oben. Komm jetzt. Wir wissen das doch. In Ordnung. Versuchen Sie es mit dem Fenster rechts über der Tür. Ja, genau das. Ach, die Tür geht da jetzt nicht auf. Weil jetzt Druiden. Moment noch. Irgendetwas Großes nähert sich. Hoffentlich ist das kein Spinnendruide. Ich soll hier zum Empfehlen. Los. Zieh mal einer an. Ein Spinnendruide. Vorsicht. Haben wir noch Dingsgranaten nicht? Ja. Eigentlich müsste der, dass wir auch nicht landen können. Nein. Frisst das. Und das. Und das. Der hätte auch mal auf die sich umkreffen würde, ne? Juhu. Wir haben überlebt. Vorsichtig, noch nicht laufen, Leute. So, dann lass mal ganz kurz speichern, bevor ich das wieder vergesse. Und ich den Shit nochmal für vorne spielen muss. Da hätte ich so keinen Bock drauf. Glaubt mehr. So. Oh, sagt die Leute. Ach, die Scheiße. Wie, was ist hier? Mach BAKTA. Ja, Sir, bin unterwegs. Wir gehen schon mal vor. Hier muss irgendwo ein Raketenwerfer sein. Ab, um. Wo ist das Fenster? Weiter oben. Ja, es ist. Mein Gott, bitte. Rüste doch bitte gleich mal die richtige Waffe aus. Ist das denn so schwer? Dankeschön. Danke schön. Was für ein Feuerwerk. Sehr schön. Das war gut gemacht, Delters. Ich gehe in Deckung. Was? Alle Droiden sind von der Welt abgest... Moment. Was? Was? Okay, eigentlich wollte ich gerade speichern. Das mache ich jetzt auch noch mal. Ich dachte gerade, ich habe was kaputt gemacht. Oh, das mache ich mal vor. Jetzt habe ich was. Gut, Team. Sie haben den Brückenbogen gesprengt und den Formasch der Separatisten gestoppt. Bringen Sie die Sache jetzt zu Ende. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Die Separatisten hatten genug Zeit, diesen Brückenabschnitt zu besetzen. Rücken Sie zum Hangar vor und achten Sie unterwegs auf Mutis, die Ihre Hilfe brauchen können. Danke. 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 Das ist schlecht, wenn wir keine Motivation mehr haben. Alles ruhig. Oh, oh. Nehmen Sie den Sequenzermil. Wir müssen aufpassen. Verdammt, eine Mine. Meine Fresse. Aber denkt mal darüber nach, wenn ich mal wieder Hilfe brauche von diesem Scheiß. Warum regnet er das auf Kaschig andauern? Erledigen Sie das. Ja, Sir. Sie ist scharf. Abstand halten. Was ist los? Hallo. Oh, wo ist der Bakt da, wa? Seid lang. Erledigen Sie, wir sind von hier. Der Bakt da ist versperrt. Suchen Sie einen anderen Ausgang. Laut der Pläne ist an der hinteren Ecke ein Wartungsschatz. fort. Okay. Alta. Alter. план also. Ich bin ja. Ich bin ja. Ja. Was ist ja? die kisten aus dem weg guter schuss junge gönnen sie sich ein bisschen einheit vernichtet position ändern unterwegs da kommt der kleine wurde ja ich erwarte eine zündende lösung deltas so schlimm ist es auch nicht die weg junge und ich habe der nächste sektor ist stark befestigt und das gebiet durch diesen wartung scharf Oh, Alter, die sind ja in die Fresse geschossen. Die haben ja so kräftig. Müssten alle down sein, richtig? Richtig. Hallo, Wookie. Wookie, 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 Wookie. Du bist ja ein sehr schönes... Oh, ich wollte gerade sagen, warum ich nicht so klappe. Immer mal wieder Speicher. Ja, das tut... Der Speicher... Sie müssen wieder nach oben, um in den nächsten Sektor zu kommen. Ja. Da war eine Bewegung. Gewehrebereit halten. Ja, ja. Uuuh. Ich komme! Wir sind in den Schächten. Achtung! Weitere, Spätigkeit! Meine Fresse. Boah, die sind jetzt hinter uns! Sie sind überall! Warten die überall? Er ist erledigt. Ja. Aus sechs Uhr, Boss. Weg. Ja. Mach das! Mach mal hier jemand! Auf hier, Tür! Geh weg da! Das habe ich gebraucht. Sauere Treffer. Da sind die wieder! Oh! Terminal geächtet! Komm, die jetzt immer wieder und immer wieder und immer wieder? Komm, einfach... Der schießt und wohnt ab. Sauere! Hecken Sie das Terminal-Delta. Ja, wo, Sir. Ach, sie fertig sind die. Rando exterminiert. Sammler! Ja, der macht ihn doch weg. Ja, genau. Damit rettet man Freunde, Alter. Raketenwerfer auf den Sammler schießen. Wer hat das mit der Tür? Wurde die aufgenommen? Sektor 3 ist, direkt vor Ihnen. Die Wookies konnten bis jetzt nicht zu ihm vorrücken. Sie sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Okay. 4-0. 4-0. Hier mit den schweren Geschützen, Delta. Lauf, bitte ich den nicht schon fliehen, ihr Kamerad hier. Oh, Gott. Jetzt macht er den Raketenwerfer nicht rauf. Jetzt hört's aber auf. Wir müssen sie ausschalten. Wer kommen denn die Brüderkassen her? Komm mal los. Schau, die Umstellung, ein Nebenkommando. Ach, schieß. Geht auch jetzt mal ein Scharfschützgewehr. Feuer. Yeah. Oh, der lebt noch. Nein. Weiter, Team. Tafel ist direkt vor uns. Okay. Moment. Wenn wir eins gelehnt haben, weil Star Wars The Old Republic ist. Republic-Kommando. Also viel Freigabe. Und Wagner-Born. Sektor 3 liegt direkt vor Ihnen, Delta. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Was? Was soll er noch erbittert sein hier? Wir sind doch schon so erbittert, dass wir schon verbittert sind. Was ist erbittert? Wuh! Das liegt daran, weil ich euch den Hängen... Nee, ich will sie... War für nicht. Haben wir hier Bug da? Ja, Tretti noch mal. Genau, das ist richtig. Haben wir Bug da? Ja, haben wir nicht. Geben Sie eine Deckung. Nur noch ein paar Sekunden. Ja, nimm Sie zu jetzt, Junge. Tür ist offen. Ja. Halt sich aufreden, der Aufwetterboss. Hä? Oh. Gut. Alles voller Art. Nee, dann hat mich... Aber wir brauchen Bug... Ey, mut auf. Haben Sie alle? Gönnen Sie sich ein bisschen Bug da, Delta. Jawohl, Sir. Bin okay, gehen wir. Warte doch mal. Okay, macht schon mal auf. Das ist ja nett. Für mich schon besser. Hackprotokoll initialisieren, Delta. Hackvorgang läuft. Dauert nämlich. Okay, macht gar nicht. Klick. 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 Ja, warte denn nun. Tür geöffnet, Sir. Warte auf weiteren Befehl. So macht man das. Oh. Tarpod, er scheint unsere Händler nicht zu warten. Tarpod, er scheint unsere Händler nicht zu warten. Woher Sie daraus? Versuchen Sie irgendwie auf diese Ebene zu kommen. Ja, da geht. Mann. Tarno eliminiert. Sie haben sich nach die Ebene zu kommen? Nein. Hallo. 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 Die heftigste Schlacht, weil die heftigste Schlacht, also die heftigste. Hä, wo sind meine anderen Sachen, Mann? Hä? Hä, komm. Geht doch. Okay, hier. Wer wird hier was? 07 ist einsatzbereit. Söldner, Sie kommen von oben. Unter Ihnen, 3-8. Sie haben einfach nichts zu lachen, wenn die heftigste Schlacht hat. Gut, die Action. Sehr gut. Ich muss nachhören. Kacke! Okay, das ist immer sehr, sehr gut, Druiden als Freunde zu haben. Nun macht doch mal flott hier, wir haben noch mehr Leute, die Bacta brauchen. Das erfreut mein Herz auf Wärme. Sehr schön. Ach, sie ist kalt. Boah, sie ist weg einfach. Ja. Ja, das hast du aber gut gemacht. Ach, Fuhl. Gut, sie haben Tafel gefunden. Bringen Sie ihn jetzt zu seinen Soldaten. Sie sitzen auf der anderen Seite der Brücke fest. Okay. Aber, wie gesagt, wir speichern hier gerne nochmal. Da kann man immer wieder alles von vorne spielen. Das ist doch frisch. Oh, wir ihn einfach... Oh, den fährt er noch rum. Krampel. Ja, hier kann er rein tun, hier der Kollege, ne? Ziele geortet. Auf die leise Tour, Delta. Roger, turn. Tot allen Feinden. Tot allen Feinden? Superkampfdroiden? Wir lassen, wir können rein, Sir. Superkampfdroiden. Sie eliminieren. Ich muss nachladen. Ich habe was abgekriegt. Wir müssen wieder helfen, Sir. Achso, Frieden. Be- Bewe- Bewegung. Laut Tafel haben die Separatisten die Munitionslager der Verladerampen überrannt. Wenn wir die Separatisten zurückschlagen wollen, brauchen wir diese Munition. Nein. Sehen Sie sich lieber nach Deckung um. Neutralisiert. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Das ist für die ganz normalen Kampftruiden, die die Truiden-Träger, die brauchen nur 10 Sekunden zu spenden und die von den Superkampfdroiden 20 Sekunden. Ja, Kollege, was hältst du davon? Schieß mal. Ja, 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 ja. Okay, wo kamen die denn hierher? Einfach so, oder? Hecken Sie die Tür, Delta. Ich brauche Feuerschutz. Das kriegen wir... Ah, ruhig. Das kriegen wir hin. Ich bin gleich fertig. Alles gehext, darf ich bitten, Sir? Okay. Nein. Los, los, los! Alle soweit wieder fit, ja? Gut. Nachladen, schlocken, 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 schlocken. Uh! Wir machen den Weg frei. Stop! Ja, mach! Sehr schön! Wir machen den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Wo ist das? was es wolle munitionskisten die können wir gut gebrauchen mal in die grüte jetzt 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 ja Kommando braucht Unterstützung, Data. Ich kümmere mich um 6.2. Das machen wir gleich. Weil hier kein Druidenträger am Stüssel ist. Ich wollte das hier auch irgendwie machen, weil wir nicht brauchen. Heilen Sie sich, Delta. Ist der andere denn? Jawohl, Sir. Ja, wir haben sie liegen gelassen. Und er chillt da so gemütlich hier, das ist auch nicht schlecht. Willst du mich schon besser? Alles klar, Sir. Geben Sie uns mit dem Geschütz Deckung. Hier rechts bei, ich besetze Geschütz. Ah, frische Munition. Ich würde auch gerne frische Munitionen. Ich frag mich, was macht der Wookie? Ah ja. Wie ist das möglich, dass so einer hier um die Ecke kommt? Deaktiviert, gehen Sie zur nächsten Lade. Mehrere Feinde nähern sich. Verteidigen Sie die Munition. Oh Gott. Ist der Typ noch da oben am Ballern? Wo sind meine Granaten? Lass mich nicht auf die Waffen zwingen. Das ist nicht genau. Schau. Wo sind meine Granaten? Da sind sie. Da sind sie. Meine Fresse. So, jetzt. Verlassen Sie das Geschütz, Delta. Nein, 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 nein. Genau wie ich. Wieso verlassen Sie das? Stoppen, Delta. Raum verletzen. Komm, noch zehn Sekunden. Drei. Drei. Eins. Kommt schon. Achtung, Granate. Großartige Arbeit. Rücken Sie jetzt zur zweiten Granade ran bevor. Kommt der denn hier? Ich bin bei sieben. Es kommt hier kein Ende. Das hat jemand nicht gesagt, der ist recht. Schau mal wieder. Durchhalten Sie. Ich fuhle ihn zurück. Ich bin nicht auf den Sack. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Scorch, mache sie scharf. Brauche Deckung, Team. Ach, halt die Klappe, mach das jetzt einfach. Alles scharf, Boss. Geh, weg da. Deckung, Delta. Habt ihr schon eine Hittersprinung, warst du dazu gekommen, ne? Feindliche Druiden. Geh. So, Kinder hier. Wie es jetzt weitergeht, das erfahren wir. Vielen Dank für's. Tschüss. conspir Bohr, hat es was das Mama? Ich bin nicht jemanden. W checke. Sche Tomorrow? Ich bin nicht lange. Ich bin nicht jetzt. 어떡 brass,NE неб jap aller? Untertitelung des ZDF, 2020